Erreiche das Hauptgelände und ich werde erst mal ganz kurz ein bisschen was umändern bei mir. Oh, wir haben 19 Punkte auszugeben. Okay, verbesserte Kartonschachtel, ein einzigartiges geräuschloses Töten ist aus der Schachtel heraus möglich. Habe ich sowieso nicht vor, aber können wir natürlich mal mitkaufen. Ist bestimmt ganz witzig. Ähm, ansonsten 14 Punkte. Was mache ich mit den Punkten mit so vielen? Ach, keine Ahnung. Komm, wir kaufen einfach alles was so geht. Kaufen wir noch hier das ganze Abrenkungszeug. Warum nicht? Dafür reicht es nicht mehr, schade. Und ansonsten brauchen wir sowieso nichts mehr. Oh, hier drüben wäre noch was frei gewesen. Fallschirmstoff. Drücke und halte Space im Fallen oder im Sprung, um deine Landung abzubremsen. Okay. Klingt okay. Klingt gut. Nehmen wir noch. Kostet ja auch bloß drei. Haben wir sogar noch was Praktisches bei den Techniken dabei, was nicht einfach nur für den Kampf ist oder fürs Töten. Gut, gut. So, ansonsten auf jeden Fall. Oh, Vatermarkierung. Du kannst die Markierung der Abgeklärtheit verwenden, musst dann aber alle Ablekungsgegenstände zurücklassen. Ah, das ist halt die Frage. Will ich das denn? Hm. Das ist schwierig. Eigentlich würde ich lieber mit dem Pfad der Stille weitergehen, weil der mir doch ziemlich gut gefällt, muss ich sagen. Andererseits ist die Abgeklärtheit offenbar schon ziemlich nützlich hier. Ach komm, ich gehe mit dem Pfad der Stille. Wir probieren es mal. Mal sehen, ob das funktioniert. Aber ich glaube, ich nehme nicht den Karton wieder mit. Nehmen wir eher den Geräuschentwickler und das, wo ich gerade nicht drauf zeigen kann. So, jetzt die Rauchbombe. Ich möchte wieder geräuschlos sprinten können. Das ist die Sache. Wie ein echter Ninja eben. So, wir schauen erst mal oben lang. Geht es hier lang? Nein. Natürlich nicht. Ach, wie nett. Na, die bereiten mir ja einen tollen Empfang hier. Dann gehen wir vielleicht doch eher hier unten lang. Wie wäre es denn, wenn wir hier erst mal das Licht ausmachen? Kann ich schaden. Und hier oben? Wo geht es hier dann? Oh. Ja, das ist dann doch eher ungemütlich, wenn ich da durchgehe. Wäre wahrscheinlich lediglich zur Tötung geeignet. Aber ich muss da lang. Kann das sein? Ich muss da lang. Oh, ich habe gerade den Fallschirm gesehen. Das ist ja witzig. Hm. Nun, also ja. Denn da... Okay. Was machen wir denn da? Das ist ungünstig. Okay, ich könnte einen Geräuschentwickler verwenden, um die abzulenken. Aber ob das funktioniert? Wir probieren es mal. Das war unerwartet. Okay, was soll's. Ich kann es jetzt nicht ändern. Äh, ich wüsste nicht, wie ich die retten sollte. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt, auch gerade kein Bedürfnis, ewig rumzuprobieren, um diese verdammten Stalker zu retten. Es könnte sicherer sein, um die Abzulen zu retten und sie überprüfen zu retten. Okay. Machen wir das nochmal. Ist bestimmt eine tolle Idee. Okay. So, lass mal schauen. Da drüben geht's weiter. Ah, nein. Ich bleib nochmal kurz hier. Hüpf doch mal... Ja, okay. Bleib erst mal hier oben. Das ist okay. Wir nehmen einfach jede Deckung und die wir kriegen können. Wie wär's damit? So, wenn wir da sind, haben wir aber erst mal keine Deckung mehr, so wie's aussieht, wa? Ach, dort ist gleich der Eingang. Kann das sein? Ja. Okay, alles gut. Ja, ist eine gute Idee, hier langzugehen. Ich seh schon. Oh, was? Wehe, schießt weiter mit Pfeilen rum. Das fänd ich unfreien. Oh. Ja, ist klar. Okay, aber wenn ich mich auf den Boden ducke, dann sollte es doch eigentlich gehen, wa? Schweinehunde, ihr Schweinehunde. Was passiert hier? Licht geht aus. Machen wir das doch einfach mal. Ich weiß nicht, was es bringt, aber wird schon seinen Sinn haben. So, auf jeden Fall können wir... ...das Ding hier rüberziehen, um den Felsen dann nun sichtbar zu machen. So, mal kurz hier hoch. Und dann können wir es auch schon wieder sichtbar machen. Geht's denn hier irgendwie durch? Nee, ne? Nee. Okay. Alles gut. So, schieben wir das mal wieder runter, machen Licht und können durch. Wobei ich nicht so richtig weiß... Ach so, wahrscheinlich, wenn wir das jetzt hier vorbeigeschoben hätten, dass die Augen aufgegangen wären, dann hätte es wahrscheinlich wieder irgendeine Falle ausgelöst. Das könnte natürlich sein. So, haben wir es denn noch weit? Bestimmt schon noch ein Stückchen. So, schnell wieder zu. Ordnung muss sein. Und dann schauen wir doch mal, wie wir hier oben weiterkommen. Hallo, mein Freund. Oben sitzt ein Stalker. Das finde ich unschön. Das finde ich unfein. Gut. Schießen wir ihm mal einen Pfeil ins Gesicht. Mal sehen, was er macht. Er kommt. Das ist aber freundlich von ihm. Also, dass du gleich so kooperativ bist, hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Gut, wir schauen mal kurz. Da oben geht es einfach nur... ...nach oben raus. Ah, und ich sehe, wieso. Na gut. Zum Glück sitzt hier kein Stalker. Licht aus. Sollte ich vielleicht wieder reingehen? Nee, ich glaube, der Stalker bleibt, wo er ist, ne? Aber wie gleich alle hier im Hof sofort anfangen, rumzuschreien. Ich weiß nicht, ob ich hier so gut stehe. Naja, scheint ja zu funktionieren. Komm schon, lass es. Lass es sein. Ich gehe einfach mal oben lang. Wird schon passen. So, dreh dich um. Wunderbar. Ah, alles gut. Siehste mal. Keine Probleme. Die Frage ist, ob ich jetzt weit genug springen kann, um ihm zu entkommen, hier unten. Probieren wir's. Oh, er dreht sich genau im richtigen Moment weg. Wir werden es nie herausfinden, ob es gereicht hätte. Oh, das war knapp. Das war knapp. Definitiv. So, ab in die nächste Deckung. Ja, er hat mich gesehen, aber es hat noch gereicht, dass er keinen Alarm ausgelöst hat. Das ist in Ordnung. So, schnell hier rein. Oh. Schnell verstecken, schnell verstecken. Alles gut. Er kann mich nicht sehen, wenn ich im Versteck bin. Was ist das? Da muss ich nur warten, bis er weg ist. Und dann die Tür wieder zumachen, vor allem. Na komm, verzieh dich. Alles ist mir nicht. Natürlich ist alles in Ordnung. Wundere dich nicht drüber, dass die Tür... Oh. Diese Fallen. Ihr seid Schweinehunde. Damit rechnet doch keiner, ganz ehrlich. Das war jetzt sehr gemein. Ich hab mir das so schön ausgemalt gerade. Ach, Mann. Ihr seid schon echt fies manchmal mit mir. Ach, komm. Das ist doch ein Scherz. Du müsstest mich doch verarschen, oder? Ja, okay. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Das gebe ich zu. Diese Kampfskills. Wahnsinn. Wahrscheinlich könnte ich sogar oben drauf gehen mit dem Haken und dann über ihn drüber springen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das auch reichen würde. Aber ich mach's nicht. Keine Sorge. So, jetzt hat er mich nicht mal gesehen. Das ist doch noch besser. So, das heißt, jetzt kann ich wirklich ganz in Ruhe eigentlich hier rüber gehen. Schnell wieder zu. Diesmal hat er es gar nicht bemerkt. Ah, schnell wieder runter davon. Ganz vergessen. Da war ja was. Gut, diesmal haben wir es geschafft. Wunderbar. Jetzt sind wir drin. Die Frage ist, kann ich hier einfach gefahrlos raustreten? Ich mach's was. Lichtsicherheitshalber kaputt. Man weiß ja nie. So, da hinten ist auch kein anderer. Das ist in Ordnung. Halt. Schnell weg davon. Vorsicht ist die Mitte der Puzeranküste. So. Auch hier wieder eine Falle, wie ich sehe. Und ein netter Stalker, der ganz blöd sitzt. Aber ganz blöd. Was machen wir denn mit dem? Die, die ist eine gute Frage. Hm, 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 hm. Geräuschentwickler, Rauchbombe. Ich meine, ich könnte ihn natürlich mit der Rauchbombe ausschalten. Das Problem ist, wir hatten das ja schon mal gehabt, dass dann beim Aufwachen die Leute in Alarm versetzt werden. Ne, das ist halt das Blöde dabei. Da oben ist schon unser Ziel. Ich komm aber nicht an dem vorbei. Ne, der merkt das. Das geht genau so weit hier, dass ich mich nicht mehr vorbeischleichen kann. Hm, ich kann ja nicht mal... Doch, ich kann langwerfen. Ach. Gut, das bringt's nicht. Hat es denn zufällig hier gespeichert? Ja, dankeschön. Sehr freundlich. Hm. Ach, shit. Hat das ihn jetzt... Hat er das mitgekriegt? Nein, hat er nicht. Natürlich nicht. Oh, hallo. Ich hätte gehofft, dass er noch den Schritt nach links... äh, nach rechts rüber geht. Aber wollte er nicht. Was macht man denn da? Andere Idee. Hat er es gemerkt? Ne, ne? Du merkst auch gar nichts, Kollege. Nein, nicht von der Seite. Meine Güte. Wow. Der ist aber schnell unterwegs. So, mal schauen. Vielleicht setzt er sich jetzt nicht wieder einfach hin, sondern patrouilliert fein. Oh, ich bleib hier mal unten. So. Er ist sehr schnell unterwegs, der Kollege, ne? Nein, er patrouilliert nicht. Er bleibt einfach nur stehen. Du Arsch. Hm. Hm, 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 hm. Kompliziert, kompliziert. Kann ich denn nicht? Shit. Der ist auch verdammt schnell in der Reaktion, ne? Muss man mal sagen. Jetzt wäre der Teleport wirklich geil. Dann könnte man mit dem Pfeil ihn kurz anlocken und dann ist er auch gut. So, machen wir es doch mal so. Komm durch. Komm schon. Es war auf der anderen Seite der Tür. Kommt los. Ah, du Sau. Woher wusste der das? Woher wusste der, dass ich dort hänge? Der cheatet doch. Der guckt doch durch die Mauer durch. Bin ich mir sicher. Oh. Das war nix. Ich muss ihn ein bisschen rüberlocken irgendwie. Komm schon. Zeig dich. Okay, jetzt hat er es bloß gehört. Jetzt wurde er nicht getroffen. Ah, ist er. Aber jetzt steht er wenigstens. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich gerade werfen können. Hab ich dich getroffen? Komm schon. So. Geht doch. Geht doch, geht doch. Keine Ahnung. Geht doch, geht doch. Geht doch, geht doch. Wieso sehe ich nix durch die Tür durch? Weil da nix ist. Okay, deshalb. Oben sitzt schon wieder ein Storko. Oh, was macht denn Werder? Ist er nicht ein bisschen deplatziert? Ich muss doch hier rein. Na gut, von mir aus. Soll ja recht sein. Nicht viel von einem Zuhause, ist es? Es ist Zeit, seine Augen zu treffen. An dieser Stunde der Nacht muss er in seinem Garten sein. Finde Asai und stell dich ihm. Da haben wir noch einen Meter vor uns. Okay, und ich mach mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Wir müssen immer noch Asai finden. Ich würde sagen, wir gehen nicht hier lang. Nein, das sieht nicht aus, als ob wir hier lang gehen sollten. Wir gehen oben lang. Lassen wir den Mann doch mal da. Wir haben freundlicherweise seine Tür aufgeschlossen. Da freut er sich bestimmt. Aber das reicht auch. An Freundlichkeiten. Gibt's hier irgendwas Schönes? Nicht wirklich. Warum sollte ich da reingehen? Warum sollte ich mir das antun? Wer weiß. Okay, ich könnte ihn rauslocken. Habe ich denn irgendwas davon? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Okay, wir können dann hier lang schleichen. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Ich schaue mal ganz kurz, ob es hier oben noch irgendein Artefakt gibt oder so. Nee, das ist einfach bloß eine Ecke. Na gut. Dann locken wir ihn mal raus. Gehen selbst nicht durch. Was? Ach komm. Ach komm. Das ist doch ein Scherz. Du Arsch, du. Okay, neuer Versuch. Ist aber, glaube ich, doch der einfachere und bessere Weg. Mensch, es geht langsam echt aufs Finale zu, ne? Jetzt geht's schon richtig gegen Asai. Da bleibt nicht mehr viel danach. Also eigentlich nix, wenn Asai weg ist. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass danach noch ein Level kommen müsste. Wenn ich vorher richtig gezählt habe und richtig geschaut habe. Wir schauen mal, wir schauen mal. Okay, ist denn hier irgendjemand? Ich mache erst mal Lichter kaputt. Nee, doch, du bist da. Okay, wir schauen mal kurz. Ich frage mich, ob ich besser komme, wenn ich hier unten durchgehe. Warum sollte ich das tun? Ist die Frage. Ach so, deshalb. Ah. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es ein Scherz in der alten Dojo, der diese Tür öffnet. Wir werden ihn finden. Auf jeden Fall erst mal Licht aus. Und dann schauen wir da einfach erst mal hier drüben nach. Der Weg führt uns auf jeden Fall in die richtige Richtung, so wie es aussieht. So, ich bleibe aber erst mal hier. Er hat es gar nicht gemerkt. Er ist ein total aufmerksamer Wachmann. Nicht mal jetzt merkt er, dass es vorher hier strahlend hell war und danach auf einmal kein Licht mehr. So, machen wir da einfach mal die Tür kurz zu. Die kommen noch nicht mal hier drüben schauen, wo der Pfeil herkam. Wie ist es denn zu fassen? Das sind solche Blitzmerker. Na gut. Schon seltsam, ne? Plötzlich war es dunkel. Wie konnte das geschehen? Du bist so ein Horst, Junge. So. Gehen wir doch einfach mal ganz gechillt hinter dir in den Schacht hier. Okay, ein Gong. Wofür der Gong? Dafür der Gong. Okay. Einmal oben dran. Einmal gegongt. So, komm rüber. Oh nein, das war nicht der Plan. Steuerung. Du hast es mir versaut. Meinen schönen Plan. Das verdammte Licht da drüben nervt aber auch, ne? Ja, total unbemerkt. So, komm nochmal vorbei. Und weg bin ich. Wir haben nicht Platz in hier, seitdem wir Studenten waren. Der Dojo. Wo ist der Schalter? Da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017